...ein Schwert. Nein, das bringt ja gar nichts. Ja, da bleibe ich lieber bei dem schlägt schneller. Aber... Ja, 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 was ist denn jetzt gerade wieder los hier? Was sie dann natürlich machen können, wenn der runterkommt. Ich weiss hier gerade so ein Energiesplitter ein. Ja, ja, ja. Nein. Hm. Okay, das war jetzt weniger optimal. Nein. Puh. Nein. Ach komm. Alter, gleich noch Full-Life. Ach komm. Ach komm. Das ist bescheuert. Na gut, aus 200 bringt definitiv nichts. Hm. Okay. Nein. Ich mach mal ne konstruktive Rauchpause. Bin gleich wieder da. So. So. Da bin ich auch schon wieder. Ähm. Ich habe hier gerade überlegt, ich gebe leider der Großachs mal doch noch mal eine Chance. Was soll's. Was soll's. So. Hm. Okay. Ist natürlich schon mal nice. Okay. Ist natürlich schon mal nice. Ich bin jetzt mit zwei Händler. Okay. Dann kann ich halt in dem Fall nur... Oha. Shit. Einen Angriff machen. Huui. Hu. Hu. So. Was soll ich kurz mal das hier einsammeln. So. Äh. Ja. Egal. Hey. Okay. So. Auch mal hier mit Feuerwiderstandssplitter. Weil. Ich ja doch relativ dummer wie nur hier laufen bin. Äh. Hm. Ja. Ja. Schade, so, mal nochmal, aber diesmal dann so. Okay, das war wohl nichts, super. Boah, ich probiere es mal mit Rage. Aber ob das denn so gut klappt? Hm. Okay, so ist natürlich auch nicht ganz verkehrt. Ich glaube, wir nochmal testen hier. So, mal auf jeden Fall 840 Schaden mit zwei Schlägen. Wenn ich das nur kombiniere mit Rage, dann durfte es eigentlich voll abgehen, ja? Hm. Ow. So schlecht war das jetzt gar nicht mal Behaupte ich jetzt einfach mal Hallo Nein Aber mit Rage ist gut So jetzt müssen wir nur Wie die andere Rota noch hinkriegen Das Dorf ist ja nicht immer Sollte ich entweder nur Rota machen Warte ja jetzt probiere ich einfach mal was Irgendwie sterben geht er nicht Auch Okay das bringt auch nichts Nee Das ist scheiße Also Rage bringt definitiv dann nur was Wenn er gerade runter kommt Oh shit Das ist scheiße Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Oh, shit Hmm Oh, nee, jetzt fängt das hier an Ja, ne? Hmm Super Ja, hier sitzt ihr selber wieder, ne? Hilft nichts Zurich zum Hauptmenü Hmm Einmal neu laden Super So, da bin ich auch schon wieder Ah So So Na, komm hier auch nicht schnell, nicht weg Ah, skumflug Und was? Hmm Das war glaube ich nicht Die Karten wieder knapp So 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 Solange sie geben hier auf die Splitter aus ist natürlich noch mal uncooler Nein Hör auf in den Scheiß Hm So, ich will es aber noch mal, nur damit Rage Okay, das ist genau so scheiße Hm Ich kann sie ja in dem Fall nur um Stunden handeln Wenn ich den überhaupt down kriege Und dann anthvon Gut, also irgendwie ist er vom Leben her auf dem gleichen Stand wie er vorher auch gegangen ist. Hmm. Genau. Genau. Ja, gut. Ne, oder? Was ist denn jetzt los? Ja, Leute, ihr seht es ja wieder selber, ne? Also ungekehrt.